Guten Morgen, liebe Schüler! So, die Mathematik-Grundkurse vom Herrn Gassler und vom Herrn Schröder bekommen jetzt eine kleine Hilfe. Auf der Seite 156, die Nummer 1, da geht es darum, Flächeninhalte berechnen. Berechne die Flächeninhalte Dreieck ABC mit A gleich 8 cm und HA gleich 6 cm. Was hat das zu bedeuten? Schauen wir uns ein solches Dreieck mal an. Wir haben hier ein Dreieck. Die Punkte ABC, die Seiten, die immer gegenüber von den Punkten liegen, CBA. Dieses Dreieck hat hier die Seite A 8 cm lang und die Höhe 6 cm. Achtung, beim Dreieck spricht man auch von einer Höhe, wenn das nach unten geht. Denn eine Höhe ist immer die gerade Linie von der Seite zum gegenüberliegenden Punkt. Und die steht im rechten Winkel, deshalb hier dieses mit dem Punkt. Wenn ich das Ganze nämlich drehen würde, würdet ihr sofort sagen, oh ja, das ist eine Höhe, das hier zeigt nach oben. Ist halt aber auch so eine Höhe. So, gut. Wie berechnet ihr das? Der Flächeninhalt vom Dreieck berechnet sich mit Grundseite mal Höhe geteilt durch 2. Ihr nehmt ja auch immer euer Lineal, ne? So, A, Area oder Fläche, Gebiet vom Dreieck, sagt DR. Schreibe ich mal davor. So, was ist hier die Grundseite? Das? Richtig, diese 8 cm. Nicht diesmal nicht die hier unten, sondern die 8 cm, weil wenn ich es drehe, wäre das ja auch die Grundseite. Die zugehörige Höhe, das sind hier diese 6 cm. Das Ganze müssen wir noch durch 2 teilen. Wenn wir das ausrechnen, haben wir jetzt schon unser Ergebnis. Allerdings, achtet drauf, cm mal cm, das ist ja hier zweimal vorhanden, dann ist das Ergebnis in Quadratzentimeter. Das müsst ihr jetzt nur noch ausrechnen und dann habt ihr die 1a schon gelöst. Achtung, bitte nicht hier oben abzeichnen, es reicht hier unten die Rechnung. Kommen wir zur c, denn die b geht genauso wie die a. Bei der c ist ein Parallelogramm zu berechnen. Der Flächeninhalt vom Parallelogramm ist auch wieder ganz einfach. Nach a vom Parallelogramm ist gleich Grundseite mal Höhe. Die Grundseite ist 30 cm. Die Höhe ist 24 cm. Und wenn ihr das ausrechnet, kommt ihr hinterher wieder drauf. Das Ganze wird angegeben in Quadratzentimeter. Bitte nicht zeichnen, 30 cm passt nicht in euer Heft. Die nächste Aufgabe. Hier ist jetzt ein Trapez. Trapez haben ganz viele Schüler vor den Ferien massiv Probleme gehabt, das zu berechnen und kriegten das nicht hin. Deshalb nochmal die Formel zur Berechnung. T steht für Trapez. Die Seite hier unten ist die Seite a. Plus die Seite hier oben ist c. Die teile ich durch 2. So, geteilt durch 2. Warum? Dann weiß ich, wie lang hier die Seite in der Mitte ist. Ihr erinnert euch, dass wir da ausgeschnitten hatten. Hier war es weggeschnitten, oben rangelegt. Hier das, weggeschnitten, oben rangelegt. So, dass wir ein Rechteck rausgemacht haben. Für die, die da waren. So, jetzt habe ich die Mittellinie und die muss ich mit der Höhe mal nehmen. Mal h. Ich glaube, das Einsetzen bekommt ihr selber hin. Das mache ich jetzt nicht vor. Aber achtet drauf. 4,7 cm, 22 mm. Überlegt euch vorher, ob ihr das Ergebnis in Quadratzentimeter oder Quadratmillimeter angeben wollt. Ihr müsst die Sachen in die gleiche Einheit umrechnen. Also, z.B. 47 mm plus 22 mm durch 2 mal 30 mm. Und dann habt ihr ein Ergebnis in Quadratmillimeter. Oder 4,7 cm mal 2,2 cm durch 2. Das Ergebnis mal 3 cm. Dann hättet ihr das Ergebnis in Quadratzentimeter. Sucht euch aus, wo ihr am liebsten mit rechnet. Mal ein kleiner Hinweis. Ihr seht vielleicht, ich habe hier oben immer die Seite und die Nummer stehen. Das macht ihr bitte auch. Ich weiß sonst hinterher bei euren Aufgaben, die ich zurückbekomme, nicht mehr, worauf ihr euch bezieht, was ihr da gemacht habt. Manche schreiben da Sachen hin, die sind schwer zu entziffern oder schwer zu erkennen. Bitte immer dabei schreiben. Und dann hier, Datum und euren Namen. Der Name ist auch ganz wichtig. Es reicht mir nicht, wenn der Name in der Rückmeldung in Russisch oder Arabisch irgendwie da steht als Dateiname. Schreibt bitte auf die Blätter euren Namen drauf. Danke. So, weiter geht's. Die Nummer 2. Da geht es um Umrechnungen. Zentimeter in Millimeter, Meter in Kilometer und so weiter. Wenn wir uns die Aufgabe anschauen, fällt uns als erstes mal auf, wir haben zwei Sachen. Wir haben zum einen Umrechnung von Längen und Umrechnung von Flächen. Also Längen und Flächen. So, dann überlegt mal selber. 4 Zentimeter in Millimeter. Zentimeter. Denkt ans Geodreieck. Das ist eine Länge, keine Fläche. Also hier handelt es sich um eine Länge. Meter in Kilometer. Das lauft ihr ab. Das ist eine Länge, ja? Allerdings jetzt hier, wo die kleine 2 oben ist, da haben wir eine Fläche. Denn, es ist wichtig zu wissen, die Berechnungen sind unterschiedlich und die Berechnungszahlen. Ihr habt im Buch, passend, auf der Seite 128, erinnert ihr euch vielleicht, hier stehen, wie das Ganze umgerechnet wird. Übrigens, für die, die es nicht mehr wissen, wie das mit Längen war, habe ich es da oben auch nochmal notiert. Ja? Gut. Von Zentimeter in Millimeter. Hier, die Einheit wird kleiner, die Zahl wird größer. Richtig. Also von 4 Zentimeter in Millimeter. Pff, das weiß jeder wohl. Umrechnungszahl ist mal 10. Ich schreibe das einfach nochmal hier so da drüber. Von Meter in Kilometer. Achtung, die Einheit wird kleiner. Äh, also wird die Zahl, Entschuldigung, die Einheit wird größer. Meter, Kilometer sind ja mehr als Meter. Dann wird die Zahl kleiner. Also teile ich jetzt durch 1000 Zentimeter, Quadratzentimeter, in Quadratmillimeter. Einheit kleiner, Zahl wird höher, aber jetzt nicht um den Faktor 10, sondern 100. Ausrechnen macht ihr ja selber, ne? Das muss ich euch nicht nur alles vormachen. So, Meter in Dezimeter, Einheit wird kleiner. Ups. Dann wird die Zahl größer. Kilometer in Meter. Achtung, wir haben wieder eine Länge. Und da kennt ihr die Umrechnungszahl, ne? 40 Kilometer, da wisst ihr, wie viele Meter das sind. Also ich glaube, das kriegt ihr auf die Reihe. 0,5 Quadratzentimeter in Quadratmillimeter. Jetzt wird die Einheit wieder kleiner. Wir haben eine Fläche. Also nehmen wir das Ganze mal 100. Ich hoffe, das hilft euch, wenn ihr das selber ausrechnet. So. Die Nummer 3 sage ich auch mal nicht zu. Wir gehen direkt zur Nummer 4. Da geht es um einen Würfel. Ecken, Kanten, Flächen. Jedem ist hoffentlich klar beim Würfel, was Ecken sind. Hier eine Ecke, da eine Ecke. Immer wo drei Kanten 1, 2, 3 aufeinander stoßen, ist eine Ecke. Die Flächen sind, wenn ich bei einem Spielwürfel hätte, wo die 1, die 2, die 3 und so weiter ist, wenn ich das würfel, ja, die Zahlen da kommen. Und die Kanten, ist klar, hier immer wo zwei Flächen aufeinander stoßen. So, ich habe einen gemalten. Ecken. Dann könnt ihr doch zählen, wie viele Ecken das Ganze hat, ja. Ihr könnt auch, da habe ich einen anderen Stift. Ihr könnt auch die Kanten mitzählen, oder? Das ist auch kein Problem. Und zu den, ups, es wackelt, Entschuldigung. Zu den Flächen, da brauche ich nichts sagen. Guckt euch einfach mal einen Spielwürfel an. Bis wie viel könnt ihr da maximal würfeln, ne? Ganz einfach. Die B. Bei der B. Jetzt schaue ich nochmal schnell nach. Da geht es drum. Ein Würfel hat die Kantenlänge 3 cm. Zeichne ein Netz dieses Würfels. Was ist denn jetzt ein Würfelnetz? Habt ihr sowas als Bastelvorlage schon mal gesehen? Ah, jetzt muss man mal ein bisschen weggehen hier, dass man es im Ganzen sieht. Ja, einfach eine schöne Bastelvorlage von diesem Würfel. Ist jetzt nicht bunt. Ja, gut. Ihr seht die sechs Flächen. Wenn ihr euch die Klebelaschen hier wegdenkt, dann habt ihr ein Netz. Das ist einfach das, was ihr ausschneidet. Und dann, wenn das zusammenfügt, könnt ihr das dann zusammenfalten zu einem schönen Würfel. Das ist ein Bewegungswürfel für die von euch, die zu Hause zu wenig Sport machen. Dann kann man dann würfeln. So, Hampelmann. Und dann gibt es noch einen zweiten Würfel. Wie viele Stück? Ob man 10, 20 oder 30 Stück macht. Und dann kann man das zusammenspielen. Wäre vielleicht für einige von euch was Nettes. Gut. Das ist das Netz eines Würfels. Bei der C kommt noch die Frage, gibt es da mehrere Möglichkeiten? Für die, die tüfteln wollen, die können versuchen, elf verschiedene Möglichkeiten rauszukriegen. So, das soweit. War jetzt ganz schön lange. Ich hoffe, es hat euch geholfen oder hilft euch. Und freue mich auf eure Rückmeldungen. Und freue mich auf das nächste Video für euch. Bis dann. Tschüss.